Ja Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13. Ja, es geht wieder gegen einen neuen Gegner hier in der virtuellen Bundesliga-Saison. Dieses Mal treten wir auswärts beim FC Augsburg an und nach Fürth und Ingolstadt, die wir beide hoch besiegt haben, und Gladbach noch zwischendurch ist das wieder ein etwas schwächerer Gegner. Zuletzt haben wir uns hier auch virtuell sehr stark gezeigt. Ob das allerdings so weitergeht, ist die andere Frage. Aber ich würde mal sagen, bevor ich lange rede, können wir ja gleich in dieses Spiel durchstarten. Gegen die Augsburger. Bundesliga-Stardem, Munifipal, 27. Oktober 2012, Anstoß 16 Uhr. Komische Zeit eigentlich, aber gut, ist eben FIFA-Logik. Schiedsrichter Jascha Zohalde, Weltklasse, 6 Minuten bewölkt. So, unsere Ausstellung sieht soweit gut aus. Ich glaube, da muss sich nichts mehr dran ändern. Rene Adler im Tor, Dennis Digmey, Heiko Westermann, Paul Schana, Dennis Augo, Milan Baddei, Petri Jedacek, Holminson, Marcel Jansen, Raphael van de Vaart, Rudnes, Sonn nach seiner Rotsperre wieder dabei. So, und der Gegner aus Augsburg mit Simon Jenssch im Tor davor. Paul Verhaag, Klavan, Sanko, Ostscholek, Daniel Bayer, Andreas Ottl, Petrella, na, schwer auszusprechen, aber gut, Tobias Werner, Jan Moravec und Zio im Sturm. Ist auf jeden Fall eher eine nicht ganz so prominente Mannschaft von den Namen her, aber es könnte trotzdem knifflig werden, glaube ich. De Jong fehlte rot gesperrt und die letzten drei Partien sind natürlich sehr, sehr schlecht. Alle drei verloren in der Liga. Wir haben zuletzt nur gewonnen in der Liga, außer das Spiel gegen Dortmund und auch im Pokal mit 4 zu 0 erfolgreich gewesen. Die werden im 4-2-3-1 spielen. Ja, wir sind schon favorisiert, muss man sagen. Wir sind dritter im Moment hinter den Bayern und Dortmund hier virtuell. In echt läuft es ja für den HSV nicht so rosig. Nach den zehn Punkten aus vier Spielen gab es dann wieder den kleinen Dämpfer gegen Stuttgart. Und, oh, schöner Lupfer, als, ja, 1 zu 0 verloren wurde, unglückliches Ding, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, warum es gerade hier so hakt. Das stört mich gerade ein bisschen. Aber ich würde auch gerne jetzt mal ein Spiel durchstarten, endlich gesagt. Wenn das mal okay wäre. Danke, liebes FIFA. So, ab geht die Bildefahrt. Jetzt sind wir auch endlich sozusagen wirklich auf dem ganz echten Standard. Vom Spieltag her waren wir das ja schon. Aber auch auf dem ganz echten Standard. Denn gegen den Augsburg wird der HSV ja auch spielen an diesem Wochenende. Und das dürfte auf jeden Fall eine sehr interessante Partie werden. Auch in echt, denke ich, ist der HSV favorisiert. Und muss gegen so einen eher schwächeren Gegner eigentlich drei Punkte mitnehmen. Aber es ist immer noch ein Auswärtsspiel und es ist immer noch ein Bundesligaspiel. Und da kann immer noch alles passieren. Deswegen darf man sich da nie zu sicher sein. Auch hier virtuell. Auch wenn wir die Ingolstädter 4-0 Wecker haben. Wenn wir gegen Mainz 4-2 gewonnen haben. Wenn wir gegen Gladbach 2-1 gewonnen haben. Und gegen Fürthka 3-0. Was alles auch nicht so starke Gegner waren bis auf Gladbach eigentlich. Dürfen wir nicht zu selbst sicher sein. Denn es ist immer wieder ein neues Spiel. Und wir spielen hier immer noch auf dem Schwierigkeitsgrad Weltklasse. Und es könnte auf jeden Fall interessant werden. So, Bayer führt die Elf von, äh, oh wie heißt der, jetzt habe ich den Namen vergessen. Naja, auf jeden Fall ein sehr junger Bundesligatrainer, der auch diese Saison seine Premiere hatte. Boah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja, ist einer, der einem nicht so geläufig sein muss. Vielleicht fällt der mir noch ein. Ich werde jetzt aber nicht drüber nachdenken. Und einfach so tun, als würde ich den Namen gar nicht erwähnen wollen. Dann merkt ihr gar nicht, dass ich den gerade vergessen habe. Aber, wie heißt denn der? Also ich weiß auf jeden Fall, ich habe ein ganz tares Bild im Kopf. Na gut, Spieltag 9. Hier sehen wir die Tabelle. Dortmund mit 21 Punkten aus 8 Spielen. Bayern mit 19, wir mit 17. Also richtig enges Rennen. Hannover und Gladbach auch ein Punkt hinter uns. Das heißt, hier virtuell ist auf jeden Fall richtig Zonder drin. Wir mischen ganz oben mit. Das ist wirklich super. Allerdings werden die nächsten Spieltage wieder nicht gegen die echten Gegner sein. Da FIFA das hier irgendwie so ganz komisch verschoben hat. Fragt mich nicht warum. Aber, ja, heißt eben, hier werden wir gegen den selben Gegner wie in echt spielen. Sechs Tore hat Van der Vaart in der gesamten Saison schon gemacht. Mit dem Pokal hat er zwei Kopfballtore gemacht zuletzt. Das heißt, ich glaube, das nächste Mal spielen wir gegen ganz andere Gegner als in echt. Und das Spiel gegen Stuttgart müssen wir hier virtuell auch noch machen. Wurde in echt schon gemacht. Also das ist alles ein bisschen verschoben, was ein bisschen schade ist, da ich da nicht ganz genau die Prognose machen kann für das Spiel, was dann kommen wird. Aber gut, da kann ich eh nichts dran ändern jetzt. Und wir starten einfach in das Spiel gegen die Augsburger durch. Markus Weinzierl, heißt der nicht so? Ich meine, er heißt so. Der Augsburger Trainer. Es ist mir gerade in den Sinn gekommen. Oh, oh, oh. Oh, aufpassen da, dass er so heißt. Ich glaube, er heißt so. Also Markus Weinzierl betreut unsere gegnerische Mannschaft. Aber das auch nur am Rande. Denn es reicht ja, wenn wir wissen, dass die letzten drei Spiele in der Bundesliga verloren haben, wie die letzten drei gewonnen haben gegen Mainz, Gladbach und Fürth und auch im Pokal erfolgreich waren. Das heißt, wir sind schon favorisiert, aber dürfen uns darauf, glaube ich, nichts einbilden. So, schwacher Pass von Rutnes, der wird abgefangen. So, jetzt haben wir auch sehr hoch gesiegt, aber wie gesagt, habe ich ja auch schon mal gesagt, eine Erhöhung des Schwierigkeitsgates aus Legende steht nicht zur Debatte, weil dann würden wir wirklich abgeschossen werden. Und es ist ja ganz schön, wenn wir nicht irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln wie der HSV. Momentan, alter, super, da Durchgang von CEO. Und das prüfte auch René Adler, kam ja von Wolfsburg der gute CEO. Also es ist ganz gut, wenn wir nicht im Mittelfeld rumdümpeln wie der echte HSV, sondern auch vielleicht mal spannend um die Meisterschaft hier, um die Virtuelle mitmischen. Und da sind wir mit Weltklasse genau richtig aufgehoben. Und die richtig großen Herausforderungen kommen dann noch. Bald geht es ja dann auch gegen den FC Bayern, der vor uns in der Tabelle liegt, virtuell. Auch und echt natürlich vor dem HSV. Und das wird dann richtig interessant, weil gegen die großen Gegner wie Dortmund zum Beispiel haben wir 0 zu 4 verloren. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir immer noch so deutlich gewinnen. Und das sind natürlich schon extreme Leistungsunterschiede in der Liga zu erkennen. Referee, was soll das denn gewesen sein? Ich bitte dich. Na gut, die Augsburger hier die bessere Mannschaft. Bayer lässt jeder Check-ins dunkle laufen. CEO, Modavec. Boah, abgefälscht. Kann noch gefährlich werden, aber geht zur Ecke nur. Glück gehabt. Und wo ich gerade Wolfsburg angesprochen habe in Verbindung mit CEO, ja. Habe ich heute gerade erst gehört, ja, Magath wurde entlassen. Das Projekt Magath in Wolfsburg ist gescheitert. Die richtige Reaktion, wie ich finde, der ist einfach ein bisschen größenwahnsinnig geworden. Und ja, die Methoden kann man immer anzweifeln. Einige sagen, die waren richtig. Einige sagen, die waren falsch. Da scheiden sich sicherlich die Geister. Aber im Endeffekt, wenn ein Trainer dann nicht mehr den Rückhalt der Spieler hat und die meisten Spieler haben sich ja gegen ihn ausgesprochen, dann denke ich, hat das nicht was mit den Spielern, sondern mit dem Verhalten des Trainers zu tun. Und das war eben beim Magath nicht mehr so, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit da möglich war. Deswegen halte ich es für die richtige Entscheidung, den da auch auszuwerfen. Was die wahrscheinlich aber... Was war das denn, Jansen? Irgendwie muss ich mich hier mal konzentrieren, was Wolfsburg wahrscheinlich auch ziemlich Geld gekostet hat. Aber das haben sie ja in Massen. Denn so wie ich den Magath kenne, hat er sich gut abgesichert, dass wenn er rausgeschmissen wird, er noch eine schöne Abfindung bekommt. Das ist ja dann meistens leider so. Aber gut, wollen wir nicht über Magath reden, sondern jetzt mal über das Spiel. Ich labere hier die Anzeite und 20 Minuten sind vorbei. Und keine einzige Torschung steht bis jetzt für mich zur Buche. Aber die Augsburger machen hier ein gutes Spiel gegen das Team von Jean-Legrand. Ach du Heilige. Schön durchgegangen. Bayer, Daniel Bayer. Heilige Mutter Gottes. Sio mit der nächsten riesigen Chance. 6 zu 0 Schüsse für Augsburg. Also den, in Anführungszeichen, eingeplanten Sieg hier. Der steht aber noch in den Sternen, so wie ich hier spiele. Nun gut. Sonn vielleicht jetzt mal. Vielleicht mal eine Einzelaktion. Ah, da laufen sie gut zu. Werner steht da dicht beim Mann. Van der Vaart. Gute Leistung im Pokal abgeliefert. Warte, Ruth Neffs. Ja, das war der erste Torschuss des Hamburger Sportvereins. Nach knapp einer halben Stunde ein bisschen weniger. Und das ist dann doch zu wenig. Ich habe alle meine Spieler, die meisten meiner Spieler geschont, dass sie hier in der Liga frisch sind. Also im Pokal draußen gelassen. Und trotzdem hat meine Mannschaft ja die Ersatzmannschaft 4 zu 0 gewonnen. Jansen, schade. Aber wir werden stärker. Und Van der Vaart wurde aber nicht geschont, weil er ja Spielpraxis bekommen musste nach seiner Rotsperre. Hier virtuell. Das schlägt sich aber auch ein bisschen in seiner Laufanzeige. Oder wie heißt denn das? In Fachsprache. Weiß ich gar nicht. Seine Konditionsanzeige. Ruth Neffs schickt Jansen auf den Weg. Jansen. Hasse Jansen. Nein, 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 nein. Riesige Parade von Jens. Winkel war aber auch nicht so gut. Drei Torvorlagen Ligaspitze. Artyoms Ruth Neffs soll eigentlich ja mehr treffen als vorliegen. Dafür ist Van der Vaart zuständig. Ruth Neffs. Wenn da drin gewesen wäre, hätte ich hier ein bisschen gefeiert. Aber das sah dann doch ein bisschen besser aus, als es am Ende dann war. Ruth Neffs. Ruth Neffs. Rein damit. So, jetzt haben wir die Chancen. Jetzt konzentriere ich mich auch ein bisschen mehr. Oh, jeder check. Was machst du da, Junge? Shana, jeder check. Van der Vaart. Der kann schießen aus dieser Distanz. Das sollten die Augsburger wissen. Ruth Neffs. Was macht er da? Ruth Neffs. Nein. Kommt nicht mehr ran. Mann, Mann, Mann. Eben noch mit seiner artistischen Einlage. Aber jetzt machen wir hier ja Powerplay auch. Und nicht gut gestanden von den Augsburgern. Nächste Parade von Jens. Ah, die Schüsse sind nicht zwingend genug. Kommt zu sehr in die Mitte heute. Wann jetzt schon drei Schüsse auf Jens, die direkt in die Mitte gingen. Alter, schöner Pass auf Siyu. Der ist jetzt... Die Frage ist, ob er schnell genug ist. Petrella abseits. Abseitsstellung. Oh, verdammt knapp. Aber mit einem Schritt zu spät ist er dann. Schana vorbei und steht daneben im Abseits. Ja, Glück für mich. Aber wir sind stärker geworden. Haben uns jetzt zumindest auf gleicher Höhe von den Chancen gesetzt. Wenn nicht sogar besser. Die Vierter... Äh, die Vierter. Die Mal... Augsburger hat nicht so zwingende Chancen wie wir gerade. Jansen. Aogo nimmt da mit. Wird in die Mitte geklärt. Ruth Neffs direkt mal versuchen. Ah, boah. Jansen. Schöner Einsatz. Son. Son. Boah. Jetzt schwimmen die Augsburger da hinten. Aber wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht in ihrem eigenen Stadion auskontern. Genau so. Siyu. Schana kommt dran. Siyu mit dem... Ah, Pass. Ah, ich kann gar nicht mehr reden hier. Jeder Check verschätzt sich da. Nach dieser Flanke. 43 Minuten gespielt. Aber das Spiel wird offener, wird ansehnlicher, wie ich auch finde. Diekmeier ist ja nach seiner Verletzung wieder dabei. Son. Schön gemacht von Diekmeier. Und jetzt ist Van der Vaart in der Mitte. Oder auch nicht. Schwach gemacht. Ruth Neffs Schuss wird abgeblockt. Wollte ich auch gar nicht schießen eigentlich. Der muss jetzt auch mit zurückarbeiten. Tobias Werner. Schwach gemacht von Ruth Neffs. Van der Vaart jetzt gegen... Äh, Van der Vaart. Westermann gegen Werner. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Mit dem Namen habe ich es irgendwie nicht so. Alter. Super Flanke. Adler mit der Fußabwehr. Den hätte er stärker abschließen können. Der Bayer. Hätte vielleicht nochmal in die Mitte legen können. Also sehr interessantes Spiel hier. Auf jeden Fall nicht das Übergewicht, was ich mir erhofft hatte. Van der Vaart rutscht da rein. Jansen, was macht er da? Erklärt zum Gegner. Die Ecke, die Flanke kommt. Aber Adlers zur Stelle jetzt vielleicht nochmal einen Konter starten. Oder auch nicht. Die Augsburger sind schon wieder am Drücker. Über Werner. Jeder Check. Schön geklärt. Aber jetzt ist auch Pause. Ich bin mal gespannt auf die zweite Halbzeit. Denn diese erste war durchaus interessant. Durchaus ansehnlich, wie ich fand. Aber insgesamt nicht zwingend genug. Vor allen Dingen im Abschluss von uns nicht. Hier ist Sio. Der Winkel war ein bisschen spitz. Konnte wenig machen. Gegen Adler. Dann Jansen. Eigentlich genau dieselbe Situation. Nur diesmal hat Jansen, äh, Jenschen ein bisschen besser im Tor gehalten. Meiner Meinung nach. Ich hab's heute irgendwie nicht mit den Namen hier. Rudnitz. Der kommt natürlich viel zu zentral. Und, äh, Bayer. Diese Chance kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Hätte er vielleicht auch ein bisschen besser draufziehen können. Aber ungefähr ausgeglichen die Chancen. Und jetzt die anderen Ergebnisse. Düsseldorf liegt 0 zu 1 gegen Wolfsburg zurück. Die gerade angesprochene Maga. Dann Schalke führt 2-0 gegen Nürnberg. Genauso Fürth gegen Bremen. Oh, nicht schlecht. Hannover unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach. Freiburg 0-0 gegen Dortmund. Das ist gut für uns. Denn die Dortmunder, da müssen wir irgendwie rankommen. Die haben 4 Punkte mehr als wir. Aber dafür müssen wir natürlich auch Tore schießen. Und Stuttgart 1 zu 1 gegen Frankfurt. Und wir starten gleich mal in die zweite Hälfte. Dieser Bundesliga-Partie. Und natürlich wäre hier mir auch ein dreckiger Sieg recht. Weil wir brauchen die drei Punkte, um einfach an den Bayern und Dortmund da oben dran zu bleiben. Gerade wenn die Dortmunder mal zwei Punkte liegen lassen, wäre es essentiell wichtig, wenn wir uns da auf zwei Punkte ranschieben könnten. An die Borussia, die ja unter der Woche sensationell gegen Real Madrid, aber auch sehr verdient, wie ich fand, gewonnen habe. Also, wie ich finde, gewonnen hat. So, das ist richtig. Nicht, Rudnes steigt zum Kopfball hoch. Kopfball erfolgt. So, Van der Van. Schön mal durchgesetzt. Nimmt Baddei mit. Der gegen Stuttgart den echt einen ganz schwachen Tag hatte. War auch angeschlagen, aber das war wirklich grenzwertig, wie ich fand. Was er da abgeliefert hat. Und für mich ist es auch mal ganz schön zu sehen. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, dass ich nicht alle Spieler hier mit 3-0, 4-0 gewinne, sondern auch mal hier ein bisschen kniffligere Situationen habe, die herausfordernder sind. Ich hoffe natürlich, dass ich hier trotzdem mit dem Sieg nach Hause gehen kann. Aber die Augsburger werden das versuchen zu verhindern. Rudnevs. Schöne Körpertäuschung. Rudnevs. Artyoms Rudnevs. So lobe ich mir das. Da rede ich gerade noch von 0-0 auf der Kippe. Aber da fällt auch schon das 1-0 für den Hamburger Sportverein durch Artyoms Rudnevs. Das war ein ziemlich schönes Fund. Also gute Distanz, knapp 16 Meter von der Strafraumlinie abgezogen. Und keine Chance für Jens bei diesem Flachschuss. Wenn es nicht wirklich aus dem Spiel klappt, dann eher einfach mit einem Distanzschuss. Das hat Augsburg einmal nicht gut gestanden. Und ja, da war der Ball schon drin. Aber jetzt sieht erstmal Baddei gelb für diese Aktion. Naja gut. Muss man nicht geben. Meiner Meinung nach, Stu hat er fast gar nicht getroffen. Aber wenn der Schiri das so will, dann muss ich mich da einfach anpassen. So. Schön geklärt. Und jetzt Son. Wenn er da den Ball sich irgendwie hätte holen können, dann können wir hier den grandiosesten Konter der Weltgeschichte starten. Aber so Augsburg jetzt aber. Jetzt über Heumensson. Van der Vaart bietet sich an. Den sehe ich auch. Van der Vaart wird mitgenommen. Auch er gegen Stuttgart nicht so stark. Nimmt Rutners mit. Geklärt. Aber auf Kosten eines Einbuhrs für den Hamburger Sportverein. Und Markus Weinzierl wird das erste Mal wechseln. Das sollte ich vielleicht auch machen. Van der Vaart wirkt ein bisschen platt, muss ich sagen. Aber er ist der Mann, der so ein Spiel dann auf ein 2 zu 0 unterscheiden kann. Ist das Denver-Bach? Nein, natürlich ist das nicht Denver-Bach. Ich weiß, aber D-Bach fand ich gerade ein bisschen witzig, diese Parallele. Aber Bach wird natürlich ohne das H am Ende geschrieben und spielt auch bei Newcastle, soweit ich weiß. Oder? Spielt er da noch? Hat auf jeden Fall da gespielt. Newcastle United. So. Und jetzt geht es mal ein bisschen schneller hier. Die Augsburger scheinen uns wenig entgegenzusetzen, zu haben. Schöner Pass eigentlich von der Auge. Ein bisschen zu lang getreten, aber ganz genau durch die Lücke. Und das war noch abseits. Oh ja, Tatsache. Nun gut. Wäre sowieso nichts geworden, weil Jens den locker aufgenommen hat. Aber was willst du machen? Da lässt er ihn auch noch ganz entspannt fallen. Der ist die Ruhe selbst, der Junge. Aber er muss natürlich irgendwie hier einen Punkt für Augsburg rausholen wollen. Denn die haben die letzten drei Spiele verloren und in der Liga und wollen natürlich jetzt auch keine Liederlage hinnehmen. So. Son. Geht er jetzt mal schön durch. Son. Das ist eine gute Einzelaktion. Kann nicht gestoppt werden. Und was gibt das jetzt? Elfmeter oder Strafstoß ist die Frage. Koh kommt erstmal von Moravec. Was? Ich rede hier von Elfmeter oder Strafstoß und dann kommt so ein Dreck. Referee. Ah, den hat Adler. Aber Adler. Ich dachte, er ballert ihn weg oder nimmt ihn auf. Aber keins von beiden. Er war nämlich schon auf dem Strafraum raus. Und das ist dann nochmal ein bisschen brenzig geworden. Fehlpass von Van der Vaart. Der leider kontinuierlich abbaut im Moment. Oh, schön geklärt. Da kommt Van der Vaart wieder nicht ran. Baddei muss aufpassen, dass er nicht gelb-rot sieht. Auge rutscht da rein, kommt trotzdem nicht ran. Und jetzt spielen die Augsburger hier mal ein bisschen Powerplay. Weg damit. Weg das Ding, weg das Ding. Uba, der neue Mann. Geht da durch wie nix. Boah, schön geklärt. Und jetzt vielleicht mal einen oder den konnte er schlecht hinein ansetzen. Van der Vaart wird gleich gehen. Super Flanke. Abseits. Oder? Jo. Oh, nee. Das war aber kein Abseits. Das war gleiche Höhe beim Zeitpunkt des Abspiels, muss ich sagen. Aber gut. Ich werde jetzt mal einen kleinen Wechsel anbringen. Oh, Aogo auch schon. Und die gibt man ja. Ja, der ist natürlich angeschlagen. Ich bringe jetzt einfach mal Beister als kleines Experiment. Und werde dann noch für Aogo mal Bruma bringen. Und bringe mal Arslan für Baddei. So, drei Wechsel gemacht. Zack, so läuft das. Ein Dreifachwechsel ist vielleicht taktisch jetzt nicht so das beliebteste. Mittel, aber man kann es mal machen. Denke ich. Die Auswärtstrikots bringt es aber echt. Die finde ich sehen gut aus. Und mit denen haben wir ja bis jetzt, glaube ich, noch nie verloren. Ne, wir haben ja nur in den klassischen Trikots die Saison bisher verloren. Nun gut. Auf geht's. Weiter Abschlag von René The Beast Adler. Aber der hat nichts gebracht. Der Ball kommt gleich wieder zurück. Erster Mann. Fuß vor. Sehr schön. Gladbach geht 2 zu 1 gegen Hannover. Und umgekehrt in Führung. Ich habe es gerade nicht genau sehen können. Aber die Augsburger, die spielen jetzt nochmal Powerplay hier. Das ist nur ein 1 zu 0. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen, da den Konter zu setzen. Denn die werden nochmal alles riskieren wollen. Die haben drei frische Leute. Das sollte uns eigentlich zum Vorteil gereichen. Siyu. Boah, Adler mit einer Weltklasseparade. Den muss er eigentlich nur noch reinschieben, der gegnerische Spieler. Dritter wechselt jetzt auch bei der Elf von Markus Weinzierl. Die Augsburger wollen nochmal alles aus ihrer Puppenkiste rausholen. Weil Adler wird sich nicht wirklich. So, Musuna kommt für Siyu. Der ein gutes Spiel gemacht hat. Einige Chancen aber leichtfertig hat liegen lassen. 75. Minute. Dieses Spiel hier geht in die heiße Phase. Boah, den hat Adler auch. Und jetzt sollten sich meine Leute mal ein bisschen formieren. Denn jetzt wird hier ein bisschen Power geplayt. So. Son. Der ist nicht ganz so fresh. Beister ist es da schon eher. Der super im Pokal gespielt hat. Aber ganz fit ist der auch nicht. Hätte ich vielleicht ein bisschen klüger wechseln müssen. Ah, da muss der Pass früher kommen. Der ist vor jetzt fast gar nicht mehr vor dem Tor. Versucht hier dieses 0 zu 1 über die Zeit zu bringen. Bisschen wie in echt gegen Fürth, habe ich das Gefühl. Wer das Spiel gesehen hat. Oh, Beister in den Rückraum. Aber genau den Konter begünstigt der anderen. Also jetzt geht es hier wirklich auf und ab. So. Und die neuen Leute sind jetzt natürlich ganz wichtig. Dass die hier ein ordentliches Spiel machen. Alter. Super Pass. Super Pass. 85. Minute. Hier ist noch nichts unter Dach und Fach. Son mit dem Ballverlust. Kennt man auch nicht sofort. Bah. Lupfer in den Lauf. Boah. Schana klärt das Ding. So. Jetzt einmal den Ball gewinnen, Freunde. Dann haben wir ausgesorgt. Nein. Bayer. Bayer. Schana geht da rein. Und da ist der Ausgleich durch Andreas Ottl. Es lag sowas von in der Luft. Das ist super bitter. Wir haben schon dreimal gewechselt. Ich kann jetzt leider nicht mehr Berg bringen. Aber Andreas Ottl lässt sich das natürlich nicht nehmen. Da haben wir auch schwach gestanden, meiner Meinung nach. Ja. Schwach gestanden. Und dann ist der Zweikampf. Wird nicht mehr richtig angenommen. Da 88. Minute. Der Ausgleich ist gefallen. Boah. Bayer wird da eiskalt abgegrätscht. Jetzt will ich das hier aber nicht nur aus der Hand geben. Ich bin mal gespannt, wie es bei den Dortmundern steht. Aber wir müssen uns jetzt voll auf unser eigenes Spiel konzentrieren. Nochmal alles geben. Referee. Wenn. Aus so einer kurzen Distanz. Dann war das angeschossen. Alter Schwede. Was ist das für ein Schiedsrichter? So. Nochmal alles geben hier. Hier. Alle mitnehmen. Son. Der kann's. Der nimmt Diekmeier mit. Aber da ist alles zu. Und ich will es jetzt nicht auf eine Flanker drauf ankommen lassen. Weil die ist zu schlach. Was macht Diekmeier da? Was macht Dennis Diekmeier da? Das war's, oder? Ja. Ich könnte mich wirklich aufregen, Leute. Ein schwaches 1 zu 1 gegen den FC Augsburg. Da war deutlich, deutlich mehr drin. Aber wir haben auch schlecht gespielt, muss ich sagen. Ein schwaches Spiel war es einfach. Muss ich einfach so zustehen. Und im Endeffekt haben sich die Augsburger durch ihre, nicht durch ihre spielerische Klasse und nicht durch ihre Chancen, aber durch ihre kämpferische Leistung, ihr Engagement, diesen Punkt auch verdient. Am Ende haben wir echt um das Gegentor gebettelt. Und ich hoffe wirklich, dass es so nicht in echt sein wird. Weil dann kriege ich wieder einen schönen Anfall, wenn ich so ein Spiel mir dann angucken muss. Aber, nee. Das war's einfach nicht. Das kann nicht sein. Hier die Chance von Jansen. Aber Rutnefs hat ja das Tor gemacht und dann kam nichts mehr. Dann hatten wir keine einzige Offensivaktion mehr. Keine entscheidende. Hier das Tor von Artyoms Rutnefs. Zack. Schönes Ding eigentlich. So weit auch verdient. Aber dann hier die Chance nochmal. Aber da war noch ein anderes Ding dabei. Und dann ist das, glaube ich, das Tor. Hier hat Schane den Ball eigentlich schon, denke ich. Dann geht's schnell. Ottel macht das Ding rein. Und so schnell kann's dann gehen. So, René Adler mit einer 8,3-Spieler des Tages. Wenn er Torhüter-Spieler des Tages ist, dann zeigt das immer viel über den Spielverlauf aus. Hier sehen wir nochmal, die Augsburger waren die bessere Mannschaft. Hatten mehr Schüsse, wenn auch weniger Ballbesitz. Aber im Endeffekt war das so verdient. Und wir müssen uns selbst kritisieren, denn das war nix. So, die anderen Ergebnisse. Dortmund 0-0 gespielt auch. Naja. Verließen den Platz mit jeweils einem Punkt. Beide Trainer waren nicht glücklich über die liegen gelassenen Zähler. Räumten aber nach der Partie ein. Dass es ihren Teams an Konsequenz gemangelt hat. Das ist vollkommen richtig. Die Bayern können jetzt zu Dortmund aufschließen. Wir sind immer noch vier Punkte dahinter. Und Hannover, Gladbach und Wolfsburg tun sich hinter uns. Also für die Wolfsburger läuft es deutlich besser als in echt. So. Ivo Licevic. Ich bin unzufrieden, dass ich nicht in der Mannschaft war. Ich respektiere ihre Entscheidung. Aber ich hätte gerne gespielt. Ja, das ist ja schön. Alter. Ein Tag Pause. Wer macht diesen verfluchten Spielplan? So. Der Hamburg Sportverein dominiert die Liga. Stuttgart, wo Sinte? Da. Auf acht ungefähr. Wird heute versuchen, drei Punkte zu holen und den Abstand auf seine Konkurrenten zu verringern. Legon muss sich, muss die Spieler vom Hangar-Frockerlern akribisch auf das nächste Spiel vorbereiten. Das Versorgung der gegnerischen Taktik ist Verständnis, ist marktgeblich, um den VfB am Torschießen zu hindern und das Spiel zu gewinnen. Die Spieler müssen ihnen ihr Bestes geben, wenn sie gegen den beeindruckenden Tamash Heiner bestehen wollen, der in letzter Zeit mit überragenden Auftreten für den VfB Stuttgart gelenzt hat. Mit seiner Weltklasseleistung hat Heiner die Fußballwelt auf sich aufmerksam gemacht und Legon muss nur einen Weg finden, diesen unglaublich talentierten Top-Spieler nicht ins Spiel kommen zu lassen. Gut, dass wir auch einen unglaublich talentierten Spieler haben. Jetzt spielen wir gegen Stuttgart, gegen die wir der HSV in echt schon gespielt hatten. Naja, das ist eben diese Problematik, die ich ansprach, aber da kann man eben nichts machen. Und ja, nach dem 1 zu 1 bin ich ein bisschen erschüttert, aber gut, wir sind immer noch auf Rang 3 und ich bin sehr gespannt auf eure Tipps für das Spiel gegen Stuttgart. Und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein und ciao! Ciao!